Anwendung von Cosmopor Advance Cosmopor Advance ist ein steriler, selbstklebender Wundverband mit hochabsorbierendem Wundkissen und guter Polsterwirkung. Cosmopor Advance eignet sich für die postoperative Wundversorgung sowie die sterile Versorgung von Bagatellverletzungen und druckempfindlichen Wunden. Den Peelbeutel öffnen und Cosmopor Advance entnehmen. Die Deckpapiere aufziehen, bis das Wundkissen frei liegt. Cosmopor Advance mit dem Wundkissen nach unten auf die Wunde legen. Anschließend die Deckpapiere ganz abziehen und den Haftrand sanft andrücken. Cosmopor Advance